Miam, 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 miam. Senti, Essen ist fertig. Ach, ach man, wer weckt mich denn jetzt schon auf? Ja, ich komm hier schon zum Frühstück. Ach, hab ich gut geschlafen. Und Vitamine, Santine, wo seid ihr bitteschön? Wow, warte mal, was geht denn bei euch ab? Komm, komm, setz dich auch hier hin. Wir haben schon unser Frühstück vorbereitet. Komm, Senti, ausstehen. Oh ja, ich bin hier schon da und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du es wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das wird mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, was geht denn da? Senti und Vitamine haben schon ein ultra krasses Frühstück vorbereitet. Alter Schwede, übertreib mal, wir sind drei Leute. Ey, wieso wir das jemals alles aufkriegen? Ach, wir schaffen das schon. Also ich esse die Suppen und die Eier. Und ich esse Hühnchen, Eier, Früchte, Bacon, Pizza, Grotte. Ich esse alles. Oh mein Gott, was haben wir, Freunde? Wir haben hier echt Früchte. Wir haben hier Kuchen. Wir haben hier Cola, Pizza, Nudeln, Milch, Hühnchen. Alter Schwede, so, so viel was zum Essen. Okay, ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall einiges vorgenommen. Senti und Vitamine. Ich würde sagen, Alter, wo soll man mit so einem anfangen? Oh, ich habe hier leckeres Hühnchen. Alter, Falter, was ist das denn hier? Wie viel Fressen seid ihr denn, ey? Ey, was willst du denn da drüben? Bist du neidisch auf unser Essen oder wie? Ey, gib uns auch mal was ab. Das kann doch nicht sein. Ihr könnt doch nicht alles auffressen, ey. Natürlich. Und ob wir das auffressen können? Und jetzt hau ab mit dir. Weg mit dir. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein, ey. Ey, ich will auch mal was für Mäscher holen. Was wollt ihr hier, doofbewohner? Meine Güte, das ist unser Essen. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich würde sagen, Freunde, lasst es euch schmecken. Guten Abend, Tee. Ja, guten Appetit euch. Oh, hab ich einen Hunger. Mjom, mjom, mjom. Oh, ich fange schon mal an, sofort alles aufzuessen. Oh, war das ein leckeres Essen, ey. Hey, Vitamine, du Sau. Grüß dir einfach um, aber Senti, wie siehst du denn aus? Was, Senti, denn das soll ich ja dich fragen, ey. Oh mein Gott. Oh, warte mal, Vitamine? Weil ich bin ein Ding gewonnen. Heilige Kuh. Oh mein Gott. Wie sehen wir denn aus? Alter Schwede. Wir haben uns einfach komplett voll gefressen. Schauen wir uns mal an. Wir sehen einfach aus wie Legosteine. Meine Güte, ey. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel gefressen, Leute. Ha, wie sieht ihr aus, dicker Mann, ey. Dicker Mann. Benimm dich mal, Kollege Schnürschuh. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Weg mit dir. Oh mein Gott. Aber Senti und Vitamine, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall wieder abnehmen. Wir müssen trainieren gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Los geht's. Dann los, los, los. Ab geht es. Wir rollen jetzt zum Fitnessstudio. Alter Schwede. Guckt uns mal an. Wie sehen wir denn aus? Wir haben einfach komplett zugelassen. Alter, du siehst aus wie ein kleines Gummibärchen. Meine Güte. Ich sehe aber auch nicht besser aus, muss ich sagen. Und deswegen wird es dringend Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Und uns auf jeden Fall abzunehmen. Weil, ach, so können wir auf jeden Fall hier nicht rumlaufen. Schönen guten Tag, ihr Fitnessstudio. Ui, was ist denn mit euch passiert? Ihr habt ja ein dickes Röschlein bekommen. Oh ja, wir wollten heute mal einen Tag ins Fitnessstudio gehen. Zusammen mit meiner Familie hier. Weil, ja, sie sehen es ja schon. Wir haben ja einiges zugenommen. Ha, gar kein Problem mehr rein spaziert. Bedienen sich an allen Fitnessgeräten. Und viel Erfolg beim Abnehmen. Oh ja, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, komm, 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 Vitamine und Zentine. Wir gehen jetzt sofort ins Fitnessstudio. Wow, warte mal, wer bist du denn? Und eins und zwei, und eins und zwei. Ja, mehr Mockis eben. Hey, wie sieht ihr denn aus, die kleinen, runden Bildchen? Hey, sei nicht so frech zu mir. Willst du Stress oder wie? Was willst du denn, ey, du Dickmann? Ich gebe dir gleich eine Backpfeife. Hab mal ein bisschen Respekt vor mir. Ha, Vitamine. Wir müssen uns ein bisschen benehmen. Schau mal, wie wir aussehen und wie der aussieht. Meine Güte, der wird uns alle drei umhauen. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen trainieren. Ja, Zentine, los, wir müssen jetzt abnehmen. Auf jeden Fall, deswegen würde ich sagen, wir gehen als erstes so. Wir stellen hier alles ein ans. Laufbahn, oh, let's go, let's go, let's go. Okidoki, Freunde, ich merke, oh, wir rollen auf diesem Laufbahn, so dick sind wir. Meine Güte, was geht denn ab? Ich bekomme dann aus der Puste und, oh, was war das denn? Das ist total anstrengend. Ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Und Leute, wir müssen auch trainieren. Zentine, Vitamine trainiert ihr auch schon? Ja, Zenti, ich gehe jetzt auch ans Laufbahn. Ja, ich fange jetzt auch an. Warte mal, bist du wieder am Fressen, oder wie? Hey, wir sollen jetzt hier abnehmen und nicht essen. Hast du hier Essen reingeschmuggelt, du kleine Dekorange. Naja, ich würde sagen, ich packe mir dich einfach. Und hier, los, 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 du gehst jetzt erstmal hier ein bisschen trainieren, Vitamine. Zentine, komm, komm, komm. Wir können ja ein bisschen ans Laufbahn zusammengehen. Und ich würde sagen, komm schon, komm schon, komm schon. Wir rennen, wir rennen, wir rennen die ganze Zeit. Und wir müssen doch abnehmen. Oh, ich bin viel zu langsam, ich bin viel zu langsam. Wie sollen wir es jemals hier schaffen? Leute, ihr werdet niemals so Muskeln bekommen, wie ich. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Aber hast du vielleicht irgendwelche Tipps oder so für uns? Ihr holt euch einen schönen Proteinshake. Damit werdet ihr schneller und eure Ausdauer wird besser. Schaut mich mal jetzt an. Ja, ho, ich fliege wie ein Vogel, los geht es. Alter, was geht denn bei dir ab? Wow, so stark will ich auch einmal sein. Das ist ja total krass. Okay, ich würde sagen, hier, okay, wir holen uns sofort einen Drink. Trinken diesen Drink mal. Und, wow, wir sagen, okay, viel, viel schneller. Was geht denn ab? New, 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 new. Let's go, let's go, let's go. Alter, okay, okay, damit sind wir wirklich ultra schnell. Und damit können wir vielleicht noch schneller auch. Ich würde sagen, sehr, sehr gut. Let's go. Wir rennen, wir rennen die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, wir holen uns auch mal so ein paar Handeln. Alter, nicht zerdrücken, nicht zerdrücken. Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Haha, der ist ja verrückt, ey. Soll ich sagen, wir holen sofort beide Handeln. Und los, meine Cetix-Familie fängt jetzt sofort alle an zu trainieren. Ich sitze schon am Laufbarn und los geht es. He, he, he. Ich, ich komme nicht, ich komme nicht an die Handeln ran. Haha, Peter, Peter mit seinen Mini-Arm. Aber ich würde sagen, Freunde, komm schon, komm schon, komm schon. Let's go, wir werden jetzt auf jeden Fall trainieren. Und komm schon, wir geben unser Bestes und eins und zwei. Oh, das ist total anstrengend, Freunde. Mehr Power, mehr Power. Flieg wie ein Vogel. Sei ein Vogel. Oh, Cetix, sei ein Vogel, sei ein Vogel. Meine Güte, ich bin ein dicker Vogel, ey. Was kann ich denn dafür? Los, du musst tun, als würdest du dein Leben geben. Flieg schneller, flieg schneller. Let's go, let's go, let's go. Ich fliege, ich fliege, ich fliege. Komm schon, komm schon, komm schon. Und wow, was geht denn da ab? Cetix, wir sind wieder normal wie vorher. Ja, ich hab endlich auch abgenommen. Oh, ja, was geht denn da ab? Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall jetzt genug trainiert. Wir sind jetzt wieder normal. Aber ich würde sagen, Freunde, schreib doch mal jetzt gerne in die Kommentare. Willst du, dass wir noch mehr trainieren? Dann schreib jetzt eine 1 in die Kommentare, wenn du willst, dass wir noch mehr Muckis bekommen und richtig stark werden. Oder wenn du willst, dass wir jetzt so bleiben sollen, dann schreib mir jetzt eine 2 in die Kommentare. Aber wenn du willst, dass die Cetix-Familie auf jeden Fall noch mehr Muckis bekommt, dann lass mir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben. Also alle das Video liken, Freunde, für mehr Muskeln jetzt einen Daumen nach oben geben. Und dann werden wir auf jeden Fall weiter trainieren. Seid ihr ready? Ja, ich will weiter trainieren. Auf jeden Fall, Sandy, los geht es. Ja, hoi. Hey, mit dir habe ich auch gar nicht geredet, aber naja, egal. Du bist auf jeden Fall auch motiviert, da würde ich sagen, let's go, Freunde. Wir heben auf jeden Fall hier die Handel hier die ganze Zeit nach oben. Ich merke schon auf jeden Fall, meine Muskeln und mein Bizeps, alles wird wirklich komplett angespannt. Und wir werden immer und immer stärker. Komm schon, let's go. Wow, Leute, schaut euch mal meine Muskeln an. Haha, ich bin ultra stark geworden. Schaut euch mal meine dicken Muskeln an. Juhu. Ich bin schon komplett aus der Puste. Und Leute, wie sehen wir denn aus? Wir haben jetzt auch ultra krasse Muskeln bekommen. Oh mein Gott, was geht denn da? Und äh, Vitamine, ich glaube, du sollst auch mal deine Beine trainieren. Alter, was ist denn da passiert? Vitamine einfach nur seine Arme trainiert. Meine Güte. Wie siehst du denn aus? Ich glaube, du sollst auch ein bisschen deine Beine trainieren. Geht aber, Santino, dich sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dabei. Yo, yo, yo. Wir haben schon krasse Muskeln bekommen. Aber die gehen auf jeden Fall noch mehr. Deswegen würde ich sagen, wir setzen uns jetzt hier sofort auf die Handelbank oder sowas. Vitamine, du trainierst auf jeden Fall ein bisschen deine Beine, würde ich sagen. Das wird dir gut tun. Und, Santino, du kannst ja noch ein bisschen hier Handel heben oder sowas. Ich gebe dir einfach mal meine Handel. Hier, bitteschön. Und wir setzen uns jetzt hier sofort auf die Handelbank. Und drücken jetzt die Gewichte nach oben. Und, äh, komm schon, komm schon. Noch stärker. Oh, war das anstrengend, aber ich hab's geschafft. Leute, guckt euch meine Muskeln an. Oh Gott, sind wir stark. Oh, ich hab's auch geschafft. War das anstrengend. Oh, das trainieren. Aber schau mal. Wie seht ihr denn aus? Oh, ihr habt ja richtige Muskeln bekommen. Oh, let's go. Oh, Freunde. Was geht denn da ab? Oh mein Gott. Wir haben es wirklich geschafft. Vitamine, Santino. Unser hartes Training hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und gönnt euch das. Guckt euch diese heftigen Muckis an, die wir bekommen haben. Oh mein Gott. Äh, was sagst du jetzt, Kollege? Hm? Willst du Stress oder was? Los, komm her. Bitte tu mir nix an. Bitte tu mir nix an. Haha. Oh mein Gott. Das hat sich wirklich übelst ausgezahlt, das Training. Wir haben jetzt auf jeden Fall abgenommen. Und sind jetzt einfach übelst stark geworden. Ich meine, guckt euch mal Santino, Vitamine und mich mal an. Was für krasse Muskeln wir haben. Oh mein Gott. Was können wir damit machen? Ich würde sagen, wir zeigen mal hier die Muckis. Die Dorfwohner. Hey, Kollege. Ja. Hey, renn nicht weg. Hast du einfach Angst vor uns oder wie? Ja, moin, moin, moin. Wir machen dem richtige Angst. Ich reiß dir die Nase raus. Ja. Hey, wir müssen den Dorfwohnern keine Angst machen. Komm, komm, komm. Wir zeigen einfach mal hier die ganze Stadt unsere Muskeln. Na Leute, guckt uns mal an. Wir haben jetzt übelst Muskeln bekommen. Was sagt ihr dazu? Hey, Villager. Schau uns das mal an, ey. Nein, die schau euch nicht an. Die schau euch nicht an und... Ja. Nicht erschrecken. Alle haben übelst den Respekt vor uns. Was hier denn da? Wir gehen durch die ganze Stadt hier durch. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt einen Megasprung. Als ultrakrasse Muskelmänner. Ich würde sagen, hier auf das Haus drauf. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Und ein Megasprung. Wow. Was war das denn für ein Megasprung? Habt ihr das gesehen? Alter, wir sind einfach sowas von stark, ey. Dass wir das ganze Haus in die Luft gesprengt haben. Das war ultra krass, Sinti. Auf jeden Fall, ey. Wir sind jetzt einfach hier drauf gesprungen. Mein Haus, mein Haus. Aber egal, weitergeruntern. Oh ja, tut mir leid. Das müssen wir auf jeden Fall noch hier ein bisschen beben. Aber ich denke mal, das soll es dann gewesen sein, Freunde. Vitamine, Sintino und ich sind am Anfang dick gewesen. Aber durchs Fitnessstudio haben wir jetzt ultra krasse Muskelmänner bekommen. Ich meine, schaut euch das mal an. Habt ihr schon Angst vor uns, Leute? Wer wird sich jetzt mit uns anlegen? Wir sind einfach so stark. Alle haben Angst vor uns. Guckt euch mal diese orangene Mucki-Arme an. Oh ja. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist das heute Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sinti-Sami. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.